Vor jedem Zockern, vor jeder Aufnahme, frag Energy, das bringt mich, so hochs Leistungs... Jetzt mal in die Werbung. Dann kannst du hier natürlich PSN-Karten auch sehr, sehr, sehr günstig für das Land Deutschland kaufen. Mit dem Code GENIASPARSTU3%, schau dir das mal an, 41,99, 3% runter. Bruder, sparen macht gute Maren. Also meine Freunde, heute habe ich mal was ganz Besonderes. FIFA 20, habe ich das glaube ich noch gar nicht aufgenommen. Meine Serie GANDIES BATTLE. Ja, GANDIES BATTLE mache ich nicht alleine, habe ich mir zwei Kompagnons mitgebracht. Die dürfen sich natürlich gerne vorstellen. Ja, wir fühlen uns natürlich geehrt, dass wir die ersten in FIFA 20 sind mit GANDIES. Ist ja klar. NIMA FIFA heisen wir übrigens. Ja, das ist auch unsere erste Duelaufnahme in FIFA 20. Ja, tatsächlich. Jungs, ihr wisst, wie es GANDIES funktioniert. Wir haben beide Teams, das ist einmal Main Team und von NIMA FIFA haben wir unten auch ein Team. Wichtig ist, das erste Link auszuchecken, das ist NIMA FIFA. Die haben jetzt 703 Abonnenten und wir wollen die mal ein bisschen nach oben pushen. Also lasst Liebe da, schreibt alle Hashtag WOLZHUDEL da rein. Und wir werden natürlich die kleinen YouTuber versuchen zu supporten und ein bisschen, dass sie wachsen. Achso, na klar, wir nehmen mit Juan Bernhard auf. Wer ist schuld? Juan Bernhard, meine Freunde. Ja, der ist schuld, wenn wir verlieren sollten. Also, der bleibt im Sturm stehen. Der Rest muss alles komplett gechanged werden. Und dann fragen wir mal unseren Würfel, was der sagt. Und ich würde sagen, wir mixen. Let's go. Wichtig, wir müssen in einer anderen Position stehen. Eigentlich wollten wir jetzt stehen lassen, aber weil du es bist, machen wir das. Okay. Are you serious? Ja, meine Freunde, die Teams sind getauscht. Ihr seht es, wir haben alle getauscht, außer Juan Bernhard. Wir haben jetzt hier die Würfel-App, weil ich habe jetzt leider keine Serie mehr, weil ich habe jetzt ein geiles Huawei. Und ihr sagt mir, wann ich würfeln kann. Hier ist der Würfel und ich drücke drauf. Sofort. Und das ist die 5. Ja, meine Freunde, dann wechselt mal bei mir 5 Leute. Ich nehme als erstes deinen Torwart und stelle den ins mittlere ZM. Okay, 1. Ich nehme deinen Rechtsverteidiger und stelle den auf den linken Flügel. Auf was? Linken Flügel? Linken Flügel. Oh, das ist lecker. Ich nehme deinen Linksverteidiger. Und stelle den ins rechte ZM. Ich nehme deinen rechten Innenverteidiger und schiebe den auf den rechten Flügel. Dann nehme ich deinen linken Innenverteidiger und stelle den einfach mal ins Tor. Ja, sieht gut aus. Okay, so, jetzt bin ich dran. Jungs, ihr seht das. Ich drücke drauf. Bitte eine 1. Bitte eine 1. Kommt. Und es ist eine 4. Das sieht doch lecker aus. Ich nehme euren linken ZDM. Und schiebe ihn in die rechte Verteidigung, RV. So, dann nehme ich euren rechten ZOM und schiebe ihn in die rechte IV. Und dann nehme ich euren linken Innenverteidiger und schiebe ihn ins mittlere ZOM. Und dann nehme ich euren Torwart und schiebe ihn ins linke ZDM. Jungs, wie viele Game Changer? 1, 4 sogar. Wir haben 4. Wir haben Zirch auf ZOM, wir haben Schär in der Innenverteidigung, der Schär am Tor und Arna, der rechte Verteidiger. Das gibt es doch gar nicht. 4? Ja, ich habe einen. So, meine Freunde, ich habe jetzt meinen Game Changer gemacht. Ihr könnt jetzt euren machen und dann können wir betteln. So, meine Freunde, wir machen was folgendes. Wir haben uns jetzt entschlossen, ihr seht das selber für Tausch. Es wird Gundyce Battle Tausch. Keine Ahnung, wie der Dick Lice wird. Aber es wird auf jeden Fall bestimmt richtig, richtig witzig. Ich hoffe, ich kriege von euch was richtig Geiles, ihr habt BIMP-Verteidigung oder so. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, und wir überlegen es nochmal bei Nima FIFA, wie wir es da machen. Ob wir Überraschungsball, Platzhirsche oder keine Ahnung, irgendwas machen, wird bestimmt pizze. Das wird lustig. Ey, okay. Okay, guck mal, was er für Spieler. Guck mal, was machen die da? Die stehen da zu zweit, Alter. Guck mal. Guck mal, die. Du hast doch Schluss. Nein, und die darf nicht mehr machen, Tor. Komm, 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 komm. Was? Nein, nicht mehr. Wir gehen weg. Du hast doch den Rückraum, da war Mundi komplett frei. Ja, red doch vorher mit mir. Nein, 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 nein. Nein. Ja, Chong. Zählt das Doppel? Oh ja, das ist ein Doppel. Aufnahmeabbruch. Aha. Nein. Das ist der Raoul. Ja, Junge, stark. Go, love's. Das wird lustig beim Diskaden, Digga. Und? Ey. Und? Nee. Ey, es kommt. Oh. Puh. Die Maria, du. Na gut, der hat keine Fullcam, also von daher, ich würde jetzt nichts sagen. Ja, klar, ihr könnt doch den Ball schön annehmen. Jawohl. Ja, was war das für ein Ball, ey. Das war Raoul, den kannst du nicht beleidigen. Du bist Spanier, Bruder, du musst doch paschen können. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja, keine Ahnung. Stark. Oh, nö. Bernhard. Nee. Nee. Ja. Ja, wenn wir machen. Also, wenn ihr wollt. Ja, für mich. Nein, nicht Chong, nicht Chong. Ja, ganz stark da. Oder, ich schwöre, ich wollte erst mit Chong schießen, aber dann dachte ich so, nee, ich glaube, damit kommst du dran. Meine Geck, eure Mannschaft steht so geil hinten, ey. Oh, Tamelli ist so scheiße. Sieht doch süß. Sieht schon mal nicht schlecht aus, ja? Sieht schon mal nicht schlecht aus, meine Freunde. Ja, ich hab mehrmals drauf geballert, aber bringt ja nichts. Ja, Effektivität, weißt du. Martinez. Ja, ist klar, Digga. Lass da rein, Mathias. Martinez. Martinez, Martinez. Das musst du betonen. Oh, ich bin vier Spieler. Leck mich auch an der Katze, du. Guck mal, ihr kriegt jeden Ball, ey. Komm, die mache ich ja bitte. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, leck doch. Fünf Spieler, Jungs, das ist doch nicht wahr, ey. Ach, Chong! Zieh, Jungs! Zieh doch! Jungs, was machst du? Du musst laufen! Ey! Mann! Was soll das? Fünf Spieler, Digga. Ich hätte ja übrigens gute Ideen mit dem Tauschbuch. Ja, dann muss ich auch aus. Fünf. Ey, ich hab Essien Prime. Ich hab Essien Prime. Ich hab Mondi. Ich hab die Heer. Da und da. Digga. Ich hab die Maria 89, Digga. Ja. Prrrr. RIP in the DIP, Junge. Komm, sag du alle fünf. Also, äh, ich sag drei, du sagst zwei, okay? Wir sag alle fünf ruhig. Okay, ich sag alle fünf. Also, linker, rechter Flügel und alle drei ZMs. Also, ne ganze Reihe, halt, sagten wir. Alter. Das ist hin. Alter, Jungs. Ihr habt, ihr habt einen guten getroffen. Einen guten. Aber ich schwöre es dir. Einen guten bei fünf Pfigs? Ja, ich schwöre es dir. Ja gut, einmal die Legende. Pass auf. Einmal getroffen, Aurier in Form. Dann habt ihr getroffen, einmal Nacho Fernandes, die normale Karte. Dann habt ihr Chong getroffen, den krieg ich nie wieder. Dann habt ihr Rodri getroffen und Wijnaldum in Form. Ja, das ist ja auch noch Atmen, oder? Ich muss mir aufschreiben, weil ich muss die in der SPC abgeben, sonst wird hier rumgeheult. Die geben wir jetzt ab. Discarded. Eine Kommunikation. Vielen Dank nicht für die Aufnahme, ja. Das war ja natürlich richtig heftig. Ja, das war es von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, das ist ganz wichtig. Und ja, Abschlussworte haben natürlich meine Kompanions. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, der Tauschmodus. War super. Den gibt es übrigens bei uns auch. Das können wir jetzt schon mal sagen. Abends, wie es wussten wir es ja noch nicht. Wir machen den Tauschmodus auch auf unserem Kanal. Vielleicht sind teuer werden. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir uns gleich wiedersehen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns freuen. Ja, alles klar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.